Ja, frohe Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr, vor allen Dingen Gesundheit wünsche ich allen. Liebe DR-Leserinnen und Leser, ich wünsche frohe Weihnachten und guten Rutsch, alles Gute im neuen Jahr. Hallo liebe Leute, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022 und nicht vergessen, gesund im Jahr bleiben, damit wir uns dann zum nächsten Neujahrsfest nochmal wiedersehen. Und allen Lesern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich wünsche schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich ein Corona-freies 2022. Alle frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja, liebe Gäste, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, ein schönes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf, dass das neue Jahr besser wird als das alte. Danke. Ich wünsche allen Zuschauern ein gutes neues Jahr. Hey, und auch von mir die besten Wünsche zum heutigen Weihnachtsfest and a happy new year. Okay. Wir wünschen allen Dädding-Häusern frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bleibt gesund. Ja, das ist wichtig. Frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Ja.